Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um Overfitting. Overfitting bezeichnet das auswendige Lernen von den Testdaten. Das mag natürlich ganz gut sein, wenn wir unendlich viele Testdaten haben, aber wenn wir zum Beispiel nur ein paar wenige Daten haben, dann haben wir dann ein Problem. So, dazu möchte ich euch erstmal kurz ein paar kleine Punkte zeigen. Und zwar sagen wir mal, wir haben eine Trennkurve, die ziemlich genau so aussieht. Ja, wir haben hier, das da oben soll übrigens nicht da sein, das geht hoffentlich gleich wieder weg. Okay, wir haben hier also ein paar Punkte so gegeben, sowas in die Richtung. Und dann haben wir auch mal einen, der falsch liegt. Also es muss ja nicht immer alles richtig sein. Und jetzt möchte ich meine Trennkurve tatsächlich so haben. Also das wäre die korrekte Variante. Jetzt habe ich noch ein paar andere Daten gegeben. Zum Beispiel hier eine und dann habe ich hier drüben einen Haufen Daten gegeben, die eben nicht zu meiner Klasse gehören. Auch hier habe ich einen, damit ich den Punkt als Outlier irgendwie kennzeichnen kann. So, und was jetzt passiert beim Overfitting, also wenn ihr euer Trainingsprogramm zu lange und zu gut trainiert mit zu wenig Daten, dann passiert folgendes. Eure Trainingskurve, lasst mich kurz den Pinsel ein bisschen anpassen. Eure Trainingskurve, die, hier, die Farbe ist gut, die wird nicht so gerade werden oder halt so gut, wie sie sein sollte. Die kann natürlich auch krumm liegen. Aber die Trainingskurve wird hier so anfangen. Und zwar werdet ihr relativ nah an den Beispielen entlang schrammen und versuchen, möglichst irgendwie jedes Beispiel reinzukriegen, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht. Und dann geht es hier vielleicht runter. Sowas in die Richtung. Weil ihr einfach zu wenig Trainingsbeispiele habt, beziehungsweise euren Klassifikator einfach zu lange laufen lassen habt. Sprich, er lernt die Beispiele auswendig und klassifiziert dann in der Praxis, wenn dann wirklich Testdaten kommen, die ihr davor noch nie gesehen habt. Upsala. Also Daten kommen, die ihr noch nie gesehen habt, auf denen ihr auch nicht gelernt habt. Also wirklich das System dann in der Praxis einsetzt. Dann kommen hier Punkte so rein, haufenweise, ganz, ganz viele. Und ihr klassifiziert den Großteil davon einfach falsch, weil ihr diese Trainingskurve so hart genommen habt. Also wenn wir jetzt hier einfach mal das System dann in der Praxis laufen lassen, dann kommt hier hinten ein paar Punkte raus. Die werden alle richtig klassifiziert. Aber zum Beispiel kommt dann hier ein Punkt, der ist hier. Und der sollte eigentlich rot sein. Der ist aber gar nicht rot, weil wir hier auswendig gelernt haben. Genauso wie hier kommen sehr, sehr viele Punkte. Und die klassifizieren wir alle falsch, weil wir denken, okay, hier vorne hatten wir kein Trainingsbeispiel. Und deswegen landen wir hier. Und das Ganze bezeichnet man als Overfitting. Overfitting, sprich das Auswendiglernen von dem Trainingsalgorithmus. Das passiert bei neuronalen Netzen recht gut oder recht leicht. Und was macht man jetzt gegen dieses dämliche Auswendiglernen? Na ja, erstens mal gibt es Methoden, das Ganze frühzeitig abzubrechen. Aber dann weiß ich ja immer noch nicht, wann breche ich ab. Das Zweite ist, einfach mehr Daten. Und mit diesen mehr Daten, die teilen wir dann auf. Das heißt, wir sagen nicht, okay, ich hätte gerne meine Daten alle zum Trainieren benutzt. Sondern ich habe einfach jetzt noch ein paar mehr Daten. Und mit denen teste ich mein System. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal diese schwarze Kurve hier ungefähr gelernt habt. Dann geht ihr das Ganze wieder durch. Und dann habt ihr hier vielleicht noch ein paar Testbeispiele, die ihr aber gar nicht eintrainiert habt. Die sozusagen das System auf die Praxis testen wollen. Ob es immer noch gut funktioniert. Ob es gut generalisiert dann auch. Und diese grünen Punkte sind jetzt zum Beispiel meine Testmenge. Und dann teste ich mein System. Und wenn ich die schwarze Kurve habe, dann sehe ich, okay, alles super funktioniert. Dann lasse ich meinen Algorithmus noch ein bisschen weiterlaufen. Und dann fängt er an auswendig zu lernen. Und das Ergebnis wird natürlich besser. Denn ich habe dieses schwarze hier, habe ich ja dann auswendig gelernt. Das Ergebnis wird also besser auf meinen Trainingsdaten. Aber auf den grünen, auf den Testdaten, wird mein Ergebnis insgesamt dann schlechter. Und dann weiß ich, okay, jetzt musste ich eigentlich schon abgebrochen haben. Ich gehe wieder einen Schritt zurück und nehme wieder die schwarze Kurve. Die hat mir besser gefallen. Die war für den Anwendungsfall dann am Ende besser. Und das ist das, was man als Cross-Validation bezeichnet. Das heißt, ihr habt eine Menge an grünen Punkten. Also eine Menge an Punkten, die ihr nur zum Prüfen, ob euer System gut ist, verwendet. Und eine Menge an schwarzen Punkten, die ihr dann auch, und roten Punkten natürlich, die ihr dann auch wirklich fürs Trainieren benutzt. Gut, ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Overfitting ist eigentlich ein relativ interessantes Thema. Und gar nicht so einfach, aber sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, erklären, das müsste eigentlich passen. Ihr solltet jetzt alle verstanden haben, was ich mit Overfitting meinte. Okay, wie es dann wirklich im einzelnen Fall aussieht, das werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.